Herzlich willkommen, mein Name ist Sebastian Warnecke von der ProMedi Personalmanagement GmbH. Ich bin hier der Regionalleiter und kümmere mich um den norddeutschen Bereich. ProMedi ist ein Personaldienstleister, der Unternehmen wie Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen mit Personal unterstützt in Personal angespannten Situationen. ProMedi ist sich seiner sozialen Verantwortung bewusst und soziale Verantwortung bedeutet heutzutage Unterstützung der Jugend. Unterstützung der Jugend bedeutet für uns am Ende des Tages Breitensport. Das ist eine lange Tradition bei ProMedi. Wir unterstützen in Köln einige Fußballvereine. Im Fußball habe ich wenig Berührungspunkte, im Judo schon. Und HV bedeutet für mich tolle Trainer, tolle ehrenamtliche Kollegen. Und die Werte, die dort im Training und im Breitensport vermittelt wird, sind einfach unsere. Mal werden alle restrictionen spicierungen, die wir immer geholfen in der kinderen. Geht würde, die Eastern altura, an Informationen zu maximalen Titeln, nutzen westATION, auswägern bei ProMedi? Die Best-áohan 같아요. Grund ist hin kurz zu Ende ber Pap귀 zu Ende des Teens für Raume Flügel. Reicht ist hemmenen Minister Kontrast叔 instantly Club anise 2. vad��block. 뒤Bänder Beeilati ist alles gut. Bis zum Schluss, natürlich hier. Der Hamburger Judo-Bund lebt die gleichen Prinzipien wie ProMedi. Für uns ist das Fair Play, dass man nur gemeinsam seine individuellen Ziele erreichen kann. Das leben wir bei ProMedi tagtäglich mit unseren internen und externen Kollegen.